Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Ja, das soll unser neues Löwengehege werden. Noch fehlen die Löwen, aber die kommen noch. Mal schneller als wir schauen können. Okay. So, wenn wir dazu so ein bisschen so einen kleinen Weg außenrum machen, dass die Leute, die in unserem Zug kommen, dann noch so ein bisschen außenrum sehen können, um unsere Löwen zu beobachten. So, ja, das sollte reichen zum Halbkreis. Hier haben wir Tieraufbewahrung. Der kann schon mal hier reinkommen. Können die Hüpfen? Ich glaube schon, dass die Hüpfen können. Ich glaube, ich mache mal den Zaun ein bisschen höher. So, jetzt dann brauche ich noch ein Weibchen. Und dann haben wir das eigentlich. Barriere bearbeiten. Alles. Ja. So, unser Geld geht stetig nach unten. Ne, gut, wenig Geld. Ich weiß schon, wir haben auch einen Darlehen laufen. Tierhandel, Wixeln aus. Ich weiß gar nicht, was so das Problem gerade an unserem Geld ist. Wir haben ja nicht mal irgendwie Werbung oder so. So. Gibt es da irgendwelche, wo eingelagert sind, die wir verschären können? Ähm, Tierhandel, ich brauche nur ein Weibchen. Da drehen wir mal ein bisschen schneller und dann stellen wir da schon mal diese, äh, ein paar Mülltonnen uns auf und die Schwendenbüchsen natürlich ist ja auch wichtig. Ähm, Schwendenbüchsen. Aber ich habe gar nicht geschaut, ob er sich wohlfühlt. Sieht schon sehr wohlfühlig aus. So, okay, ein bisschen mehr kurzes Gras und ein bisschen mehr Fels. Kurzes Gras und ein bisschen mehr Fels. Okay. Ähm. Okay, ja, mir ist es egal, ob dir diese Bäume passen, die da stehen. Manchmal muss man sich auch mal umgewöhnen, wo man jetzt lebt. So, dann kriegst du noch so ein Bällchen, ein Schneebällchen und hier so einen kleinen Rückzugsort. Dann kriegst du einen ganz großen Rückzugsort und dann kriegst du hier noch so einen Sprinkler, große Wasserschüssel. Ähm. Sollte es dir gehen? Okay, wenn es dir Geld gibt, mag ich dann nicht höre, das freut mich. Und wir haben fast die Besucherzahlen. Ähm. Gefährliche um Alpha-Status. Uh, wir haben ein Weibchen. So. Versand geplant. Ähm. Dann müsste ich jetzt eigentlich nur noch... Wie hat denn hier so Probleme wegen seines Eifer-Status? Ah, du bist jetzt schwanger. Okay. Okay. Also Akinis und ihr zwei kämpft halt einfach, aber warum kämpft ihr auch? Was dir ist in Kommen? Wohlvereinfang. Hä? Wie ist das in Kommen? Ist die Barriere... Muss ich die noch höher machen? Die ist jetzt 8,90 Meter hoch. Ich hoffe, das reicht diesmal. Alter. Einfach mal ein Viehchen kommen. Mal wieder. Okay, wir haben diese Krankheit perfekt unter Kontrolle. Wenig Geld. Ja. Ich seh grad schon ein bisschen irgendwie Minus. Das ist bestimmt, wenn meine Löwen entkommen sind. Aber warte mal. Müssten wir jetzt nicht eigentlich alles haben. Okay. Wir brauchen 2600 Gäste. Ähm. Wir haben ja eh ein Darlehen drauf. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir überhaupt komplett beleidigen können. Aber ich finde ja so Werbung zum Marketing finde ich ja super, wenn man eh schon kein Geld hat. Und dann macht man... Okay. Wir machen mal einfach... Ich sag niedrigen Einfluss. Spaltender Einfluss. Ruhen Einfluss. Machen wir einfach mal. Einmal 5000 kann man uns schon leisten. Alter. Das ist ja Geld. Okay. Wir müssen 2600 bis super irgendwie hier rein. In den Park. Und ich hoffe einfach mal, das klappt. Okay. Noch 50? Noch 40? 30? Noch 20? Noch 20? Äh. Noch 10? Jetzt sollten wir es gleich haben. Ja. Wir haben es. Wir haben Bernie wieder mal stolz gemacht. Ach ja. Der Elefant. Schöne Minus. Ich möchte ihn so bestimmt nicht speichern. Ich möchte viel, aber diesen Zoo möchte ich definitiv nicht speichern. Gut. Ähm. Nächstes. Finde ich haben wir super gemacht. Ja. Ich gehe jetzt wieder irgendwo in eine neue Statue. Miris. Seeinsel. So. Okay. Ich finde diese Sinarien, ehrlich gesagt, nicht so geil. Irgendwie. Keine Ahnung. Da finde ich meinen eigenen Zoo bauen irgendwie besser. Und man kriegt halt jetzt nicht so krasse Dinge, wo ich sagen würde, oh, da kriege ich hier eine neue Tierart geschenkt, wenn ich das alles mache. Deswegen. Weiß ich nicht. Vielleicht machen wir wohl zu einem anderen Zoo jetzt dann weiter nach hier. Wien da. Hey du, setz dich besser. Nein. Ich habe ein paar Neuigkeiten. Oh Gott, ist Bernie gestorben? Okay, ist er verschwunden. Ich habe das gerade erst erfahren. Scheinbar war unser wunderbares Direktorium der Meinung, dass es besser ist, niemanden davon zu erzählen, solange die Suche noch läuft. Alter. Aber vor ein paar Tagen wurde die Suche eingestellt. Oh. Und sie haben ihn nicht gefunden. Also haben sie ihn für tot erklärt. Damit sie Bernys Zoos verkaufen können. Alles ist weg. Von den Affen bis zu den Zebras. Sie haben nicht mal gewartet, bis Bernys Tochter Emma zurück war, bevor sie sich die Taschen voll gestopft haben. Oh nein, der alt Bernie. Sie haben das Unternehmen an einem schmierigen Hedgefondsmanager namens Dominik Meyers verkauft. Der will mit den Zoos garantiert nur sein ramponiertes Image aufbessern. Naja, aber erst jetzt der neue Boss. Meiner aber nicht, denn er hat mich gefeuert. Oh. Ich dachte, Bernie hätte sich schon gefeuert. Um ehrlich zu sein. Mhm. Was soll ich tun? Wir müssen Bernie retten. Okay, er sieht böse aus. Es tut mir leid, dass wir uns unter diesen schrecklichen Umständen kennenlernen. Ich habe Benjamin, nein, Bernard, wirklich bewundet. Wer weiß nicht, was den Namen. Ich glaube das nicht. Bezahlen zu lassen. Aber ich merke, du bist immer noch traurig. Vielleicht hebt das deine Stimmung. Ich beauftrage dich mit der Zoobereichsleitung. Das ist ein äußerst wichtiger Posten. Aber dein Gehalt bleibt gleich. Oh. Außerdem habe ich einen neuen Zoo gekauft, um den du dich kümmern wirst. Er braucht ein wenig Aufmerksamkeit, aber das schaffst du schon. Ich bin jetzt in Kilby. Wir müssen uns besorgen, dass die Tiere zufrieden sind, die dummen Demonstranten abhauen, der Zoo wächst und profitabel wird. Und wir einen Grizzlybären und einen sibirischen Tiger haben. Dann müssen wir noch eine kleine Inspektion überstehen und du wirst so viel Freizeit haben, dass du gar nicht weißt, was du damit anfangen sollst. Da. Ah, und du musst Bärenforschung betreiben oder so etwas in der Art. Details habe ich vergessen. Okay. Okay. Ja, ich muss 15.000 erwirtschaften. 1.950 Gäste für drei Monate. Okay. Habe keine Aktivisten. Okay, wir werden jetzt erzählen. Neue Grizzlys und... Grizzly müssen wir dann auch erforschen. Okay. Dann kümmern wir uns doch als erstes mal darum, dass wir die Tiere irgendwie zufriedenstellen. Okay, was ist bei dir los? Was ist los? Okay, du hast nicht genug Gelände, das ist scheiße. Äh, ja, wie soll ich dich da jetzt glücklich machen, wenn mein Gelände nicht passt? Ähm, Barriere bearbeiten. Ähm, nee, so funktioniert das nicht. Ich muss das in den Seiten ein bisschen ziehen wenden. Okay, nee, das hilft nicht viel. Ähm... Ich muss für dich am besten neues Gehege bauen. größeres, schöneres. Mhm. Was haben dann die anderen? Brauchen die auch alle neue Gehege? Ja, eure Gehege sind alle zu klein, oder was? Ihr könnt doch hier auch zusammen wohnen. Barriere bearbeiten. Äh, ihr könnt mal sehen, wo deine Barriere überhaupt ist. Wenn ich eure Gehege jetzt einfach... Was... Warum... Was braucht denn meine Aufmerksamkeit? Die Gehege ist zu klein. Ja, ich sehe es schon. Ähm... Ich mach jetzt einfach hier das Gehege weg. Ich hab jetzt noch ein Gehege. Das ist jetzt das Gehege für mehrere Gehegeeingänge. Ja... Wo denn überall? Ähm... Ja, hier... Und hier hinten, wenn wir noch eine Kerze, wenn wir hier kommen. Ähm... Warum schreiten hier alles so rum? Rennt er mit dem Tier rum? Hier ist sie gekommen. Oh. Oh. Tierarzt machen. Ja, wir müssen auch euer Gehegehöhe machen. Barriere bearbeiten. Ähm... Alles. Höhe. Okay, ja, die werden alle einfrieren. Tierarzt wird... Ist zugewiesen. Ja, hier... Fang das mal ein. Wir kommen wenigstens keine Aktivisten, weil die Angst vor den Tieren haben. Okay. Was habt ihr noch so Probleme? Ja... Okay, ihr seid nicht im idealen Temperaturbereich. Da kann ich leicht was machen. Klima... Ähm... Wir müssen ja hier... Wir müssen ja hier... Burnies... Waren die alles so? Werden die schon wieder verfolgt von irgendwas? Ach, Leute! Okay, sind die alle noch entkommen? Ja, du stehst doch... Wichtige Warnung. Was braucht denn schon wieder mein... Okay, du befindest dich nicht im idealen Temperaturbereich. Ja, ich habe das gerade eingestellt bei dir. Dachte ich... Oh, ich habe das so hoch gedreht. Ich will dich ja nicht irgendwie kochen oder so. Am Ende noch... 80. Okay. So. Jetzt aber. Ähm... Tier ist entkommen. Wurfall anfangen. Wurfall anfangen. Ja, das ist ja alles jetzt ein Gehege. Vielleicht wissen die es noch nicht, dass das ein Gehege ist. Warte mal. Ähm... Machen wir mal kurz auf Pause. Vielleicht müssen wir erst sagen, dass das wieder ein Gehege ist. Weil ich glaube, die wissen nicht, dass das ein Gehege ist. Ähm... Das habe ich ja alles, dass ein Gehege ist. Das habe ich ja alles, dass ein Gehege ist. Okay, da sind die Giraffen und da sind die Zebras und... Barriere bearbeiten. Soll ich das Ganze neu bauen oder was? Also das wäre mir natürlich am liebsten. Okay, ich habe das hier... Oh, jetzt habe ich doch das ganze Ding abgerissen. So, ich glaube, habe ich auf Pause. Ähm... Klaas. Ähm... Wie baue ich da jetzt am besten rum? Riecht nicht so lang. Ähm... Hm? Ich brauche mal meinen Zaun zurück, glaube ich. Ähm... Okay, ihr seid jetzt im Zaun ohne Zusammenhang, wenn ich das gerade richtig verstehe, oder was? Okay, hier ist einmal ein Zaun. Gehege genommen irgendwie. Okay, Gehege ziehen. Okay. Das da ist kein Gehege, weil... Warum nicht? Garriere bearbeiten. Ich brauche doch noch einen Eingang. Ich brauche trotzdem wieder einen Eingang hinzustellen. Ich war ja einfach einer zu viel da. Äh... Ich steppe hin, Zebras, Gehege. Auswendig möchte ich die Klaas haben. Ich finde, ich halte nichts von dieser Scheiße, was da gerade ist. Okay. Das ist auch hoch genug. Ähm... Die Hege, Steppenzebra. Okay. Und dann brauche ich aber vielleicht... Habe ich ja noch andere Tiere, weil ich glaube, es sind voll viele entkommen. Ähm... Steppenzebra, die wohnen hier schon. Dann habe ich aber doch noch irgendwas anderes. Das dachte ich. Ähm... Netzgiraffen. Die sind doch vorne. Und die sind hier auch entkommen, oder was? Ja gut, dann wird das halt auch höher. Aber das kommt auch aus Glas. Ist schöner. Ähm... Netzgiraffen sind kommen. Aber die sind ja nicht entkommen. Das steht doch in einem Gelände. Also... Wir sind ja jetzt nicht unbedingt frei, wenn ich... Okay, mein Park ist irgendwie leer von Besuchern. Mhm. Okay. Bei dir ist immer noch ein Aktivist, weil dein Gichi zu klein ist und du auch keine Freunde hast. Aber dann hole ich dir als erstes mal... Und du hast auch keinen Platz, gell? Aber du bist so ein aggressives Viech. Kann ich nicht mit irgendwas zusammenstecken. Ist das hier hinten dran? Oh... Okay, das ist eine Idee dran. Da kann ich nichts hinbauen praktisch. Vielleicht kann dir hier nicht einfach mehr Platz geben, weil ich habe auch nicht mehr Platz auf dieser Mini-Insel. Und du brauchst halt auch ein Männchen. Tierhandel. Ähm... Aber... Das brauchen wir nicht hier, ne? Okay, aber ich würde einfach mal sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen kurzen Cut und nächstes Mal sehen wir uns dann wieder. Ich werde uns weitergehen mit diesem Chaos hier. Bis dahin. Bye!